Musik Hallo liebe Minecraftler und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Verminers 07. Heute geht es mal um das Bucketpluggen Multiverse oder eher um eine kleine Reihe sogar um das Bucketpluggen Multiverse. Das Multiverse ist ein Plugin, welches euch mehrere Welten in Minecraft auf eurem Server ermöglicht. So könnt ihr nicht zum Beispiel nur eine Haupt-Spawn- und Bauwelt haben, sondern zum Beispiel eine PvP-Welt oder eine normale Welt oder wie auch immer ihr das Ganze möchtet. Es gibt verschiedene Multiverse-Erweiterungen oder Multiverse-Arten sozusagen. Ich stelle euch heute Multiverse-Core vor, das ist eben das Multiverse-Plugin, was dafür sorgt, dass ihr mehrere Welten habt. Im zweiten Teil werde ich euch Multiverse-Portals vorstellen. Dieses ermöglicht euch Portale zwischen diesen Welten und dann auch Multiverse-Invent-Hobbys, um getrennte Inventare sozusagen in diesen Welten zu haben. Wir laden uns aber erstmal Multiverse-Core herunter von der Bucket-Dev-Page, auf der wir ganz, ganz viele Informationen zu diesem Plugin beziehen können, wie es eigentlich immer ist. Wir warten dann mal auf dem Grund meines Internets ein bisschen länger und laden uns das Plugin hier einmal von der Bucket-Dev-Page herunter, klicken zweimal auf Download. Ist eigentlich ganz gewöhnlich und die folgende Installation dürftet ihr kennen. Übrigens in der Videobeschreibung, sobald die Videos draußen sind, findet ihr dann auch diese beiden eben schon erwähnten anderen Videos. Und dann speichern wir uns die Multiverse-Core.jar einmal in unseren Plugins-Ordner und diese ziehen wir dann ganz normal hier in den Plugins-Ordner auf unserem Server. Ihr könnt das natürlich auch per FTP einfügen, wie ihr eben wollt. Jetzt starten wir einmal unseren Server und hoffen, dass keine Fehlermeldungen kommen, denn das wäre meist nicht so gut. Ihr seht, ihr habt jetzt um einiges mehr Nachrichten hier in der Konsole, Multiverse-Core, Original-Location und so weiter und so fort. Es gibt dort also einige mehr Meldungen und dann haben wir hier ein paar zusätzliche Ordner oder um genau zu sein, einen zusätzlichen Ordner mit dem Namen Multiverse-Core. Hier finden wir verschiedene Dateien. Einmal gibt es die config.jml, zu der wir gleich noch nie kommen werden. In dieser könnt ihr bestimmte Einstellungen zu dem Plugin treffen. Dann gibt es eine debug.txt-Datei, das brauchen wir eigentlich nicht beachten, gibt sozusagen zusätzliche Informationen aus, genauso die debug.log. Und in der worlds.jml sehen wir eine Liste aller Welten, die wir sozusagen auf dem Server haben. Fangen wir auch gleich mal an mit der worlds.jml und in dieser sehen wir dann, wie ich schon eben gesagt habe, eine Liste der Welten, die wir aktuell auf unserem Server sozusagen haben. Das ist zum einen die World-World, eben eure Standard-World, World-Never und World-We-End. Für diese Welten, die ihr hier in der Config sozusagen findet, könnt ihr hier einzelne Einstellungen machen. Zum einen seht ihr hier den Seed sozusagen. Environment heißt übersetzt Umwelt und die ist auf Normal gestellt. So auch der Typ der Welt auf Normal. Ist diese Welt versteckt? True oder False? Ich würde euch raten, das noch vorzulassen, Entschuldigung. Dann könnt ihr noch ein Alias, also ein Nickname sozusagen für diese Welt festlegen. Wenn ihr die also ein bisschen kürzer als World bezeichnen wollt, könnt ihr da einfach ein W eintragen. Und dann auch noch eine Farbe nach dem Schema White, Green, Yellow und so weiter und so fort anlegen. Die nächste Einstellung bezeichnet, ob er PvP in dieser Welt an oder eben aus sein soll. Also Player vs. Player. Scale weiß ich leider nicht. Dann die Respawn World, in welcher Welt man also respawn, wenn man gestorben ist. Yellow Weather soll also das Wetter, der Regen und Gewitter sozusagen in dieser Welt an sein. Dann könnt ihr noch den Schwierigkeitsgrad in den Schemen Easy, Peaceful, Normal, Hard und so weiter einstellen. Wirklich immer darauf achten, dass ihr die Form hier beibehaltet. Dann könnt ihr euch noch aussuchen, ob Animals spawnen sollen, ja oder nein. Monster stören uns mal ein bisschen und deshalb setzen wir diese Einstellung einfach mal auf False. Jetzt hätten wir sozusagen das Spawn von Monstern ausgemacht. Dann könntet ihr hier noch einen Preis festlegen für sozusagen das Betreten dieser Region. Soll hier drin Hunger an sein und müssen die Leute also was essen oder sollen sich automatisch heilen. Adjust, spawn, weiß ich leider gerade nicht und Portalform ebenfalls nicht. Game Modes stellt ihr ein, Survival, Creative, Adventure, was auch immer. Aber im Grunde sind die Standard-Einstellungen relativ okay. Wenn ihr aber etwas Bestimmtes wollt, dann ist diese Config-Datei immer euer erster Ansprechpunkt sozusagen. Erstellt ihr nun weitere Welten, werden die ebenfalls hier wie World Never und World We End hier noch mit aufgelistet. Der Spawn ist dann hier noch festgelegt mit seinen spezifischen Koordinaten, ja wie die Welt heißt, ob die automatisch reloaded wird und ob man im Battery spawnt. Wir speichern uns diese Datei und jetzt schauen wir mal in die Config.jml. In dieser können wir nämlich ein paar wichtige Einstellungen treffen. Also editieren wir auch diese einmal mit Notepad++. Die Einstellungen dieser Config sind bei weitem nicht so wichtig, wie die Einstellungen der World's Config. Ganz wichtig hier oben allerdings werden wir darüber informiert, dass wir auf keinen Fall diese Zeile hier aus unserer Config sozusagen löschen sollen. Ich meine, warum sollten wir die auch löschen? Die stellt uns nicht und die müsst ihr auch wirklich drin lassen. Enforce Access, das ist sozusagen eine Sache der Permissions. Lasst ihr einfach mal auf False. Später werden wir das in Minecraft noch umstellen. Und das heißt dann, so viel wie die Leute können dann auch diese Welt sozusagen joinen. Der Präfix-Chat gibt an, ob vor eurem Namen, wenn ihr etwas in den Chat schreibt, der Weltname, in der ihr euch gerade befindet, sozusagen steht. Teleport Intercept, World Spawn, Override, Display, Player, Mowse oder was auch immer, Global, Debug, Message, Call, Config Version und First Spawn at World sind alle nicht so wichtig. Ihr könnt aber hier dann wegen mir den First Spawn noch einstellen oder den Teleport Call tun in Sekunden, wie lange es also dauern soll, bis ihr sozusagen geportet werden könnt. In-Game könnt ihr diese Config ebenfalls mit dem Befehl slash mv-conf editieren. So, viel mehr müssen wir hier gar nicht einstellen oder im Grunde eigentlich gar nicht viel einstellen. Der Debug-Modus, den wir ebenfalls aktivieren können, schaltet dann eben Dinge hier in dieser Datei hier frei. Müssen wir aber nicht unbedingt machen. Okay, jetzt joinen wir aber mal Minecraft. Wenn ihr möchtet, was ich ja gleich auch mal machen werde, könnt ihr euch hier eine Welt zum Beispiel noch rein importieren. Denn mit Multiverse ist es euch zum Beispiel möglich, wenn ihr mal eine Adventure-Map oder was auch immer spielen möchtet, könnt ihr sozusagen ganz einfach hier mal eine Map importieren. Einfach ganz normal eine Weltdatei hier mit reinschieben. Die heißt jetzt in diesem Fall M-O-D, das ist meine Mod-World. Und diese werden wir dann jetzt versuchen im In-Game-Teil zu importieren. Also, bis gleich. Okay, da sind wir auch schon unser Minecraft sozusagen einmal gejoint. Wir befinden uns auf dem Server und mit dem comment slash pl überprüfen wir einmal die installierten Plugins. Und das ist in diesem Fall Multiverse Core. Es wird grün angezeigt. Es hat also alles zu unseren Wünschen sozusagen funktioniert. Zuerst einmal schauen wir uns einen Überblick über die Kommandos an. Diesen erhalten wir mit slashmv und davon gibt es dann fünf Seiten, auf der ihr sehr wichtige Befehle sozusagen durchführen könnt. Allerdings werde ich euch jetzt im In-Game-Teil nur die wichtigsten Befehle sozusagen zeigen. Und da ihr die weiteren einfach mal austesten könnt, denn dann lernt ihr am meisten über das Plugin. Also würde ich das jetzt einfach nur zeigen. Zuerst einmal lernen wir, wie man eine externe Welt in Minecraft dann eben auf eurem Server erstellt. Mit slashmvcreate dann ein Worldname. In diesem Fall einfach mal testen, ist dies euch möglich. Danach setzt ihr noch den Parameter normal dahinter. Damit wird sozusagen vom Multiverse erkannt, dass es eine normale und keine super flach Map sozusagen ist. Dann könnt ihr noch einen Seed angeben. Und wenn ihr möchtet dann mit minus G und dahinter noch einen Worldgenerator. Wenn ihr sozusagen ein Plugin wie zum Beispiel, ja was gibt es da, Tropic oder Nordic installiert habt. Dann könnt ihr damit zum Beispiel einen Worldgenerator generieren. Und deshalb ist Multiverse auch eine Grundlage für viele andere Plugins. Wir bleiben aber erstmal bei mvcreate. Test, in diesem Fall ist das der Worldname. Normal, drücken wir einmal Enter und dann wird die Welt auch schon kreiert. Das steht dann im Chat. Und gleich bekommen wir höchstwahrscheinlich eine Nachricht. Complete. Das hat also funktioniert. Jetzt machen wir mal mvtp. Und dann Test. Mit diesem Befehl können wir uns nämlich in diese Welt teleportieren. Denn wie gesagt, das geht auch noch ein bisschen einfacher mit den Portalen, die ich euch im nächsten Video zeigen werde. Aber erstmal machen wir mvtp. Test. Und in diesem Fall, äh, in diesem Fall, wären wir jetzt in einer extra Welt. Erkennt man auch daran, dass wenn wir jetzt was in Chat schreiben, sieht man vor unserem Namen sozusagen Test. Wir sind also in der Welt Test gejoint. Aber Vorsicht. Viele Welten machen auch eine höhere RAM und CPU Auslastung. Ihr solltet es also mit Welten nicht übertreiben. Mit Slash MV Set Spawn setzt ihr den Spawn in der jeweiligen Welt, in der ihr gerade seid. So könnt ihr zum Beispiel ganz einfach den Spawn dann eben für neue Spieler uminnen und nicht etwa mit dem Essentials Command Slash Set Spawn. Jetzt machen wir aber Slash Back. Ich hoffe mal, das geht gerade. Nein, geht leider nicht. Dann machen wir Slash MV TP und dann in World, um in unsere normale Welt zu gelangen. Jetzt haben wir natürlich wieder alles verloren. Nicht so schlimm. Wir importieren uns jetzt nämlich die Mod-Welt, von der ich erst schon gesprochen habe. Das machen wir mit Slash MV Import in diesem Fall. Dann den World Name. Das war die Welt, die hieß Mod. Und dann machen wir noch Normal davor. Da könnt ihr dann jede beliebige Map importieren. Und dann wird diese Map auch schon importiert. Einer der wichtigsten Comments. Und dann steht er wieder Complete. Diesmal sogar grün im Chat. Und wir importieren uns mit MV TP MOD, also den Weltnamen, hier einmal rein. Und schon werden wir dementsprechend in der Mod-Welt. Das ist ja zwar die gleiche, in der wir gerade eben waren. Ist aber nicht so schlimm. Ja, das waren eigentlich die wichtigsten Befehle. Mit Slash MV, wie gesagt, könnt ihr noch weitere Befehle nachlesen. Und jetzt machen wir nochmal einen wichtigen Befehl. Der hat etwas mit den Permissions oder eher gesagt mit den Rechten zu tun, die die Spieler sozusagen auf dem Server haben müssen. Und zwar editieren wir eine Einstellung der Config. Und zwar nennt sich diese Enforce Access. Und das müsst ihr unbedingt machen. Denn sonst können User in die verschiedenen Maps nicht joinen und können nur in der normalen Map bleiben. Und deshalb werden wir jetzt einmal ganz kurz mit einem Befehl sozusagen eine Permission ändern. Eine Permission nicht direkt. Dafür bräuchte man ein Permissions-Pluggen. Aber da gibt es so ein bestimmtes System. Der Befehl, von dem ich hier spreche, nennt sich Slash MV CONF. Damit editieren wir die Config. Und jetzt kommt ein relativ langes Wort. Enforce Access. Also sozusagen erzwungender Eintritt. Ich kann nicht so gut Englisch. Naja, es geht. Aber auf jeden Fall ist der Comment relativ wichtig. Enforce Access. Und den setzen wir dann ganz normal auf Fault. Das ist nämlich völlig richtig. Also man braucht keinen... Äh... Wo? Ähm... Man bräuchte keinen besonderen Access sozusagen. Ja, ich hab da wohl irgendwas falsch geschrieben. War ja auch nicht anders zu erwarten. Also mach ich nochmal ganz kurz einen kurzen Cut. Den Fehler auch schon gefunden. Ein ist zu wenig. Ja, der Befehl ist wirklich etwas komplizierter. Und Success Valors were updated success fully. Es hat also funktioniert. Und jetzt kann auch jeder die Map joinen. So, das war es aber auch schon zu Multiverse Core. Ähm... In den nächsten Tagen geht es dann weiter mit Multiverse Portals und Multiverse Inventories. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Sage Tschüss, bis zum nächsten Video von Verminers 007. Bitte joint doch auch den Verminers 007 Fanserver Multi-Mind.de Doppelpunkt 255 66 6.